März 2009. Mit mörderischer Verfolgung startete ein neuer ZDF-Samstagskrimi seine Erfolgsgeschichte. In der Spielfilmreihe Stralsund können die Zuschauer und Zuschauerinnen seitdem spannende Kriminalfälle, aber auch die ganz persönlichen Schicksale der Figuren in der Hansestadt und ihrer Umgebung verfolgen. Die Samstagskrimis sind beim Publikum immer besonders beliebt und nahezu jedes Wochenende die Sieger der Einschaltquoten. Der Stralsund-Krimi ist da keine Ausnahme. Ich gucke eigentlich die Sendung seit der ersten Folge und ja, ich habe zwischendurch auch mal im Ausland gelebt und bin Stralsund immer treu geblieben. Also auch wenn es da irgendwo hieß, Stralsund-Krimi läuft, dann habe ich abends vom Fernsehkasten gesessen, dann sind auch Termine ausgefallen, wo ich gesagt habe, nee, Stralsund-Krimi ist heute wichtig. Und wir rätseln immer, wo ist es hier in Stralsund? Kennen wir diesen Ortsteil? Manchmal ja, manchmal nein. Und ja, ich finde es spannend auch. Es ist gut aufgezogen. Da bin ich generell begeistert davon, wenn es Krimi-Reihen gibt oder Filmreihen, die auch die Stadt oder den Drehort da sehr gut darstellen. Dass damit die Stadt natürlich auch gewinnt und an Popularität über die Fernsehzuschauer durchaus Interesse geweckt wird, auch mal da hinzufahren. 20 Folgen lang spielte Katharina Wackernagel die Hauptfigur Nina Petersen. Seit 2023 ermittelt nun Kriminalhauptkommissarin Jule Zabeck am Sund. Die Fußstapfen sind groß, doch die neue kann diese durchaus füllen. Also Katharina Wackernagel war mir natürlich sehr sympathisch gewesen. Und ja, als so die erste Folge mit Sophie Fenningsdorf lief, musste man sich erst mal dran gewöhnen. Wenn ich sie jetzt so an dem heutigen Nachmittagabend gesehen habe, ja, ich mag sie und ich freue mich auf weitere Folgen mit ihr. Sophie Fenningsdorf studierte Schauspiel und war danach sowohl auf dem Bildschirm als auch hier im Norden auf den Theaterbühnen zu sehen. Das Krimi-Genre ist für die gebürtige Leipzigerin kein Neuland. So spielte sie bereits Episodenrollen im Tatort der Soko und anderen Krimiserien. Der aktuell gedrehte Film ist nun schon ihr fünfter Einsatz für die Stralsunder Mordkommission und es wird wohl nicht ihr letzter sein. Denn sowohl im Team als auch in der Stadt am Sund fühlt sie sich sehr willkommen. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team, oder? Ich würde jetzt sagen, ich wurde sehr herzlich von Alexander aufgenommen. Und es war von Anfang an sozusagen eine gute Arbeitsatmosphäre. Und es ist schön, dass wir sozusagen uns manchmal vielleicht besser verstehen als unsere Figur. Ich habe in Rostock studiert. Doch, ich kannte Stralsund, aber ich bin halt auch viel durchgefahren, weil es natürlich zu Rügen sozusagen auch die Transitstadt ist. Das war es für mich lange. Aber doch, ich fühle mich hier tatsächlich gut aufgehoben, vertraut. Das ist mir nicht fern. Es gibt ja Städte, die haben eine Atmosphäre, die ist einem nicht ganz eigen. Man passt nicht ganz rein und ich finde, ich passe hier ganz gut rein. An ihrer Seite steht Karl Hiddel, der bereits seit Folge 2 dabei und inzwischen zum Revierleiter aufgestiegen ist. Sein Darsteller, Alexander Held, ist ein alter Hase im Schauspielgeschäft und steht aktuell sogar bei gleich zwei Samstagskrimis vor der Kamera. Die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin ist auch für ihn eine positive Erfahrung. Ich denke auch, dass das Team wirklich einen wohlgestimmt lässt. Und wir arbeiten auch, wenn man so will, weiter im Sinne von, was können wir aus den Figuren noch herausholen. Oder aus eben dieser, es sind ja beides, sagen wir mal, zwei sehr eigensinnige Köpfe. Unterschiedlich Saat, aber gerade das macht Freude. Gedreht wurde in den letzten Wochen in der Altstadt und an der Sundpromenade, sowie in Knieper West und der Frankenvorstadt. Inhaltlich wird es um ein aktuell durchaus wichtiges Thema gehen. Wir erzählen eine große Familiengeschichte von einer Strahlsunde-Familie, die groß geworden ist in dieser Stadt, die sich um das Viertel der Stadt kümmert, in der es nicht unbedingt immer so wahnsinnig gut mit der Bevölkerung steht. Und gleichzeitig aber die Erfahrung gemacht hat, sich mit einer Macht einzulassen, so will ich es mal beschreiben, die dieser Familie die Möglichkeit gibt, immer reicher und reicher zu werden. Wir stellen uns ein Stück weit die Frage, was macht Gier und was macht der kapitalistische Strebensansatz mit dem Menschen hinsichtlich seiner Ideale. Und gleichzeitig erzählen wir noch eine sehr schöne Liebesgeschichte eines jungen Paares, die den Kern hat, schaffe ich es, mich von meiner Familie zu trennen, ist blutdicker als Wasser. Im Rathauskeller durfte sich das Team in das Gästebuch der Stadt eintragen und hat im Anschluss ein kleines Präsent überreicht bekommen. Das Highlight des Abends war für die Anwesenden aber sicher das Meet & Greet mit den beiden Hauptdarstellern. Sie gaben nicht nur Autogramme und Fotos, sondern nahmen sich auch Zeit für kurze Gespräche mit ihren Fans. Als besonderes Extra gab es noch exklusiv die ersten 10 Minuten der 24. Episode mit dem Titel Der letzte Sieg zu sehen. Episode 22 lief im Dezember letzten Jahres. Die Ausstrahlung für die nächsten beiden bereits abgedrehten Folgen steht noch nicht fest. Sollte alles nach Plan gehen, kann man den nächsten Straß und Krimi aber voraussichtlich noch in diesem Frühjahr im ZDF sehen. Die Silberhochzeit der Serie ist für das Produktionsteam ein Meilenstein, aber kein Grund an ein Ende zu denken. Eher im Gegenteil. Denn es ist der 25. und nicht der letzte und ich würde wahnsinnig gerne auch in Richtung 50 gehen. Das ist eine große Zahl. Machen wir erstmal die nächsten zwei und vier. Aber wir haben eine schöne Planungssicherheit mit diesem Format von Seiten des Senders, von unserer Seite aus als Network Movie und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Die Stralsunder und Stralsunderinnen können sich also auch weiterhin darauf freuen, spannende Fälle in den Straßen ihrer Heimat zu verfolgen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.